Herzlich Willkommen zu diesem Video zu meiner Tastatur. Der Rock Kit Isco FX. Auf meinem Kanal, Florian Konrad. Nun ja, ich habe es vielleicht angekündigt, vielleicht auch nicht, dass es ein Video zu meiner Tastatur gibt. Hier, so sieht es aus. Das ist ein riesen geiles Teil. Es gibt noch eine neuere Version davon, das ist die Rocket Rise Mk Pro oder Rocket Rise Mk Glow oder die Rocket Rise Mk einfach nur. Und, ja, was möchte ich dazu sagen? Ich lasse mal ein Handy hier hin. Das ist USB-Tastatur. Hier, USB. Was auf dem USB-Ding draufsteht. Dann mache ich ihm einen Teil, äh, mache ich ihm was an. So. Hier. Ach, Mist. Da. Rocket Isco FX. Dort. Rocket Isco FX. Eigentlich ganz geile, äh, geile Form eigentlich vom USB-Ding. Hier steht dann nochmal Rocket und dann noch das Zeichen hier für USB-Anschluss. Ja, man kann, wenn man will, dann mache ich kurz den Katz und dann hole ich ihm mein Letter dazu, mach den an und dann sieht man ja noch, wie sie aussieht, wenn sie an ist. Jetzt habe ich sie mal angeschaltet, meine Euter so nur. Sieht geil aus. Wenn ich in die Kamera komme, sieht's. Diese Illusion, äh. Hier oben steht dann welches, äh, welcher Modus das ist. Das sind fünf Dinger. Sechs. Dann steht hier noch so eine Aufnahmetaste. Hier steht noch eine Aufnahmetaste. Lol. Lol, das klappt sonst nie. Wie shit er das aufnimmt. Und, ja. Dann hier kann man unten die Farben wechseln. Jetzt, jetzt, äh, nochmal von Anfang. Blau, Rot, Grün, Orange, Lila. So, sie hat meistens auf Rot oder auf Blau. Aber, wenn ihr die habt, ist eigentlich egal. Und dann würde ich sagen, ciao. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Abo wäre auch schon ein Like. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.